Und da haben wir was ganz Neues für viele Kunden. Ein Lineallager, abmessungsleicht zu einer Kugelbuchse und auch zu unseren Lagern, aber aus einem komplett FTA-konformen Werkstoff. Das heißt, dieses Lager kann eingesetzt werden in der Chemie, im Pharmabereich, in der Lebensmittelindustrie, ist sehr leicht spülbar und damit eine sehr kostengünstige, leichte und toll zu wartende Alternative. 1. 10.